Ich glaube, Hebel nach hinten ist ein Schutzschild. Ja, aber in dem Moment ist man bewegungsunfähig. Ja, so ist man auch bewegungsunfähig. So als Trümmerteil. Ja, Brille richten. Fertig. Hallo liebe Retro-Gaming-Maniacs, zockbegeisterte Commodore-Fans. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Ausgabe Floppy Discovery mit Tromaniac. Und hier unten neben mir, neben meinem Eistee, da ist eine dicke Kiste. Und in der Kiste sind ganz viele Floppy Disks drin. Ich lang mal ganz auffällig hier rein und zieh mal einfach blind eine raus. Und leg die mal im Laufwerk rein am Tun. Und wir gucken mal, was wir denn da haben. Fast Load und Load Runner. Ist es das Load Runner? Also das Load Runner? Das Load Runner, was ich nicht kann. Weil es einfach zu schwer ist. Die Gegner sind einfach zu schlau. Ja. Ja, es ist genau das Load Runner. Bimbo did it in 1984. Irgendwo habe ich Load Runner schon mal ein Video von gemacht. Aber, ähm, was sind das für eine Version? Okay. Ich zocke einfach mal ein kleines Ründchen, damit wir schon mal ein bisschen Füllmaterial haben für dieses Video. Ja, das ist der Willis, wie man es kennt. Ne? Man kann hier diese Kästchen einsammeln. Und Gräben graben. Ja, guck, und manchmal nehmen die Viecher nämlich auch solche Kästchen mit. Also ich glaube, Lotr, da muss man nicht groß erklären. Ziel ist es, diese Kästchen alle einzusammeln. Und dann öffnet sich irgendwann ein Ausgang, durch den man dann raus muss, ins nächste Level. Und da ist die Leiter. Jetzt ist die Sache, dass diese Gegner ziemlich schlau sind. Boah. Ja, ja. Da geht's schon los. Okay, gut, das schaffe ich jetzt. Und die Programmierer sind wirklich stolz auf die, äh, auf die KI-Gestaltung der Gegner. Und das merkt man auch, ne? Äh, die zieht's von überall zu dir hin. So, Level 2 ist meistens auch das letzte Level gleichzeitig, was ich zu sehen krieg. Ich bin da echt schlecht drin. Ich war da wirklich noch nie gut. Ja, das ist auch eine scheiß Idee, glaub ich, ne? Ah, eine scheiß Idee. Boah. Okay, möglicherweise hab ich jetzt doch ein bisschen Glück gehabt. Die sind alle scharf auf mich, die Viecher. Die Frage ist, wie kommt man da hinten her? Da hat einer was auf der Leiter liegen lassen. Nee, dat geht nicht. Dat ist zu riskant. Es sind immer noch zu viele von denen. Scheiße. Nein, da kommt der Erste schon wieder raus. Vielleicht ja jetzt. Mit ganz, ganz, ganz viel Glück wird das ganz scheiße knapp. Da ist die Leiter. Jetzt muss ich die nur irgendwie lebend drauf kommen. Nein. Und die Kacke ist ja, man muss das immer wieder von vorne einsammeln, ne? Es hätte so gut laufen können, Mann. So gut hätte das laufen können. Aber ich bin einfach so schlecht in diesem Game. Boah, scheiße. Die sind aber auch verdammt intelligent. Also, ich hab selten ein Spiel, in dem die Gegner-KI so krass ist. Und das für ein Spiel aus den 80ern. Uralt. Eins der ersten Games für den C64, denke ich, ne? Also, zumindest eins der frühen Games. Und dann ist es schon so krass programmiert. Guck mal, wie die Dalle auf der Leiter hängen, ey. Wie die Hühner auf der Stange. Nein! Da hab ich zu viel gewollt. Da war ich wieder zu gierig. Ja, das wird doch never ever was. Ja, der jumpt ja auch von der Leiter, ne? Die riskieren wirklich alles hier. Voll die Urban Runner, ey. Und Parkourläufer. Und früher oder später kriegen sie dich. Ja, hängt doch alle zu viert da auf der Leiter, da wo ich hin muss. Nein! Und die sind wirklich nicht blöd, ne? Das ist zum Kotzen. Ich komm da nicht hin. Jetzt vielleicht. Nein. Ah, scheiße. Der eine hatte noch einen. Ich dachte jetzt gerade noch so ein Notding abgesetzt. Oh, oh. Ne, so wird das nix. Scheiße. Ah, die werden das Ding da bewachen. Die rennen alle dahin. Fickt euch. Jetzt hat da einer das mitgenommen. Das wird nie was. Also ich finde das Spiel schon ziemlich geil. Aber, ähm. Warum muss das so schwer sein? Kann mir das mal jemand stecken? Ah, wieso hat es jetzt ausgezeichnet der falsche von denen, das Ding? Lass fallen. Nein! Nein, 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 oh, shit. Okay, wir probieren es noch mal. Da sieht man, wie schön ich hier abfälle in dem Game. Ich, wie gesagt, das ist einfach so schwer. Warum nur? So bockschwer und fies und gemein. Ja, und da kommt da oben aus dem Nichts wieder einer. Wie wär's denn jetzt mal mit ein bisschen Glück? Kann ich gebrauchen. Schnell weg. Schnell weg. Und jetzt irgendwie schnell. Ja, das kann vielleicht klappen. Ja, jetzt keinen Scheiß bauen, dann komme ich ins nächste Level. Ja, haha, haha, fuck. Aber ich denke mal, spätestens im nächsten Level ist vorbei. Ja, damit hätte ich ja gar nicht mehr... Äh, was ist das? Und, hä, wieso? Was, wo muss ich denn hin? Was passiert denn hier? Ja, leck mich doch im Arsch. Übrigens, ich hab das Game auch als Cartridge-Modul. Hab ich fast vergessen zu erwähnen. So, Bloodrunner. Ja, immer wieder ein Zock wert. Und immer noch genauso schwer. Egal, wie oft ich es zocke. Ich schaff's einfach nicht. Gut, was gab's denn hier noch? Egal Empire. Egal Empire. Egal Empire. Hatte ich das nicht vorhin erst? Was war das nochmal? Also vorhin, äh, heißt eine in der... Ah, Eagle Empire. Ja, ja, ein Phoenix-Verschnitt. Ja, auch da hab ich, glaub ich, schon ein Video zu gemacht. Also, das ist eher so eine Art Wiederholungs- oder Wiederauffrischungsfolge. Aber, hey, es geht hier um den Spaß, ne? Und ich weiß ja gar nicht, ob ihr alle Floppy-Discovery-Folgen mal geguckt habt bis jetzt. Das sind ja schon über 50. F7-2-Player. Was ist denn F1? Einfach Knopf drücken? Oder ist F1-1-Spieler? Wahrscheinlich. Ich hoffe, es ist jetzt auch Joystick. Ja, der falsche. Ha, scheiße. Ah, nee. Ah, ha, 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 ha. Habe ich jetzt Tastatur hier, oder was? Mit Shift schieße ich. Hm. Ja, und wie steuere ich? Ah. Okay, und wie steuere ich nach... Aha. Ah, ja, hat auf Tastatur eingestellt. Boah. Also, mit X fahre ich nach rechts und mit Z nach links. Und wie aktiviere ich denn Schutzschild? Keine Ahnung. Ja, ich muss gleich nochmal gucken, dass ich das mit Joystick gesteuert kriege. Komm, crash einfach. Ich will es mit Joystick steuern. Da möchten wir auf jeden Fall nochmal eine Runde zocken. Komm. Oder kann ich da mit Escape raus? Nee. Hm. Nee, so komme ich da nicht wieder raus. Okay. Jetzt habe ich natürlich nur noch eins von diesen Kackdingern übergelassen. So. Jetzt... Jetzt könnte er mich vollkacken. Und dann warte ich, dass ich das nochmal... So. So geht's schneller. Und dann ist vielleicht F5 Joystick oder so. Game over, Player One. Gut. Startkeys. F1. Ein Player. Keyboard. Ja, das habe ich mir schon gedacht. F3. Zwei Player. Keyboard. Ja, dann ist F5 ein Player Joystick. Aha. In Port 2. Gut. Geht da eigentlich auch so Feuer? Ja, auch nicht so wirklich. Also, immer dann, wenn man... Man muss immer warten, bis ein Schuss durch ist. Entweder oben am Bildschirmrand angekommen oder im Gegner gelandet. Aber ich glaube, Hebel nach hinten ist ein Schutzschild. Ja. Aber in dem Moment ist man bewegungsunfähig. Ja, so ist man auch bewegungsunfähig. So als Trümmerteil. Standby, Player One. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Phoenix-Umsetzung. Das muss ich schon sagen. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier mal ein bisschen weiterkommen. Man kann übrigens nicht endlos sofort hintereinander den Schild benutzen, sondern hat immer eine kleine Cooldown-Phase sozusagen. Ja, so kann man dich kriegen. Was ist passiert? Was war das? Weiß nicht. Es gibt sogar eine Phoenix-Version für den ZX-Spektrum. Vielleicht habt ihr die dann auch schon gesehen bis dahin. Auf jeden Fall ist die schon aufgenommen. Und die ließ sich sogar auch zocken. Wer hätte das gedacht? Ihr scheiß Kamikaze-Eier-Verschießer. Na, die Flügel wachsen halt sehr schnell wieder nach. Boah, da ließ ich durch meinen Schitzschuld nicht töten. Jetzt geht der Tortokack-Ding. So, schaffen wir es wenigstens einmal bis zum Alien-Raumschiff. Dann kriegt das wenigstens mal gesehen. Am besten ballert man hier denn ein Schutzschild weg. Das kann dauern. Was in der Spektrum-Version noch sehr fies ist, ist, dass da auch Aliens noch zusätzlich um das Raumschiff rumfliegen. Die machen die Sache nochmal deutlich härter. Dafür ist hier der Schutzschild deutlich hart. Aber irgendwann habe ich den durch. Und mit ganz viel Glück kriege ich dich. Jawoll! Haben wir es wenigstens einmal durch. Auch wenn ich sonst vielleicht nichts mehr gewissen kriege. Aber so geht es. Wirklich, bin wir da geschickt überall dran vorbei am Fliegen. Das kann ich richtig gut. Schön überall so dran vorbeischießen. Das mache ich schon wieder ganz ausgezeichnet. Aber wie gesagt, das ist eine sehr schöne Version. Eagle Empire. Kann ich nur empfehlen, wenn es sich sowieso schon kennt. Ja, sag mal, kommst du jetzt auch mal irgendwann wieder ins Bild? Ja, was ist denn hier los? Versteck spielen es nicht. Ich kriege dich. Ja, wie gesagt, spiele ich sehr gerne diese Version. Eine sehr schöne Phoenix-Variante. Macht mal absolut nichts falsch mit dem Game. Überhaupt nicht. So. Nochmal, bis zu die Vögel am Kommen. La 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 la. Auf jeden Fall eine Disc, die sich zu verwarnen lohnt. War das mein letztes Leben? Ja. Game Over Player One. Da ist Schicht im Schacht am Sein. Ach komm mal, zwischen 0 und 9800 Punkte gibt es. Ich frage mich, ob es mehr Punkte gibt, wenn man ihn schneller erledigt. Keine Ahnung. Eagle Empire ist auf jeden Fall ein sehr schönes Game. Hatte das Ganze noch mehr zu bieten? Wenn ich Start wüsst. Nicht auf der Seite. Jens Disc 47a. Mal gucken, ob auf Jens Disc auf Seite 2 noch was brauchbares ist. Encounter. 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 Scart. House of Usher. Danger Mouse. Fast Load. Encounter. What is that? Wie immer. Wenn's denn läuft. Press in die Kitos da. Was cracked between playing Mule and Archon. Encounter. Score. Last Score. F5. Novice. FC F7 beginn game. Ich hoffe, das kann man mit Joystick spielen. Was gibt's denn bei F5 noch? Advanced Expert. Okay. Ah, was ist das denn? Eine Tank-Simulation. Ah, guck mal da. Unten hab ich ein Radar. Und irgendwas war mir im Rücken. Da, das grüne Ding. Hab ich. Kann ich mich nach vorne bewegen? Oh, sogar relativ flüssig. Wo ist es? Das ist ja was wie... Ah, ich kann auch rückwärts fahren. Und das gar nicht mal so langsam. Ich bin gerade überrascht. Oh, das ist aber schnell. Das ist etwas. Äh. Ah, diesmal lässt er sich nicht so leicht treffen. Bäm. Ah, ich bin in den Trümmer reingefahren. Auf jeden Fall hab ich schon mal 600 Punkte gemacht. Hab dich. Man muss wahrscheinlich wirklich aufpassen, dass man nicht in die Explosion... Was war das denn? Irgendeine Rakete auf mich zugeflogen. Boah, der kam nah. Ja, es läuft relativ flüssig. So. Also man hat zumindest das Gefühl, dass das geschwindigkeitsmäßig schnell ist. Es wirkt so. Es hat ein gewisses Speedfeeling. Also eine nette Tank-Variante. Erwischt. So schnell kann ich doch gar nicht reagieren, wie da was auf mich zukommt. Sieht aus, als ob ich nur noch ein Leben hätte. Das L1 da oben wahrscheinlich. Was E04 ist, weiß ich nicht. Und die 52 da weiß ich auch nicht. Oh, der ist gelb. Der sieht jetzt mal anders aus. E03. Sieht aus, als ob ich vielleicht nur noch drei treffen muss. Oh, und das sieht wahrscheinlich jetzt immer schwerer. E02. E02, ja. Was passiert? Bin ich gegen so eine Tonne gefahren. Oh, jetzt wird zurückgeschossen. Okay. Was ist das? Was war das? Ja, kein Portal oder sowas. Oh, komm ins Schussfeld. Hab ihn. Einer fehlt noch. Und was ist das? Ah, da kommen die raus. E00. Jetzt hab ich alle erwischt. Was passiert jetzt? Da ist was Weißes. Hä? Weiß nicht. E11. Jetzt muss ich wieder 11 von irgendwas treffen. Ja, und wahrscheinlich heißt es, ich hab nur noch ein Leben. Oh, da hinter mir ist grad die Tür aufgegangen. Ach, da hat's mich erwischt. Aber ich hab trotzdem noch ein Leben. Dann versteh ich das nicht. Wie viel Leben hat man denn? Sag nicht 51. Das hör mir dann doch ein bisschen zu. Da kommt gleich einer raus. Ja, tatsächlich. Das ist wie so ein Teleporter oder sowas. Rausgebeamt. Hab dich. Also, ich lass mich noch einmal treffen und dann haben wir das auch genug gezockt. Hm, das hätte ich wahrscheinlich einfacher haben können. Jetzt bleib doch mal hier, du Scheiß. Okay. Hat mich. Ja. Und geht immer weiter. Encounter. Ja, nicht uninteressant, muss ich sagen. Kann man mal spielen, ne? War da jetzt noch was? Skat. Ja, das scheint eine ziemlich simple gemachte Skat-Variante zu sein, denn groß ist die nicht. Ich guck mir trotzdem gnadenlos alles an. Und wenn's nur für eine Minute ist. Ich mische die Karten, verteile und sortiere sie. Ich versichere Ihnen, dass ich Ihnen nicht in die Karten schaue oder deren Verteilung manipuliere. Wenn Sie dieses Zeichen in der linken oberen Ecke sehen, drücken Sie Space. Das ist bei einer rechten oberen Ecke. Einen Moment, ich mische die Karten. Ach so, Skat kann ich gar nicht. Also, ich konnte mal Skat. Ich hab mal Skat gespielt. Aber, ähm, ich kann's echt nicht mehr. Ihre Karten, ja, und jetzt? Ja, und jetzt muss man reizen. Das kann ich alles nicht mehr. Ich kann keinen Skat mehr. Das hab ich verlernt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Früher hab ich's eigentlich noch ganz gerne gespielt. So, House of Usher. Zumindest scheint das mal eine Disc zu sein, die funktioniert. House of Usher. Game Design. Special thanks. Please press the red button to begin. Was ist denn, wenn man ein Joystick jetzt keinen red button hätte? Muss ich dann aufhören? Mit Port 2 scheint's nicht zu gehen. Port 1, ja. Was ist das? Das kenn ich nicht. Aber dafür bin ich ja da mit dem Format hier, ne? Kann ich springen? Ja, per Knopfdruck. Flieg. Was passiert wo hier in den Türen? Raum Nummer 2. So tief darf man also nicht fallen. Dann bleibt nur noch der Hut übrig. Was ist denn Tor 3? Der Zonk. Ich kann Tor 3 gar nicht öffnen. Ich kann nur Tor 2 öffnen. The right room. The high room. Dann ein blinkenden Herz. Ja, das ist wirklich billigst, ne? Aber es heißt ja nicht, dass es keinen Spaß machen muss. Ja, zu tief. Okay. Select room and enter it. Also, room Nummer 3 und Nummer 4 und Nummer geht alles nicht. Hä? Und da geht's doch. Ich hab nur Scheiße gestanden. Na? Na? Congratulations. You are the new Earl of Usher. Please enter your name. Actual Earl of Usher ist Tor. Ja. Ich probier's noch einmal. Und guck mal, ob ich ein bisschen weiterkomme. Weil ich grad Bock drauf hab. Weil es wird wahrscheinlich jetzt mein letztes Video in dieser Aufnahmesession, die ich hier grad hab, sein. Denn ich schwitze mich tot. Tod ist das Stichwort. Und ich brauch mal ne Pause. Ich bin hier. Ach Gott! Ich merk schon, ich brauch ne Pause. Ich krieg nichts mehr auf die Kette. Kann man wirklich keine... Ja, man kann auch ne andere Tür aufmachen. Wahrscheinlich hab ich da kein wirkliches Glück gehabt. Das war logisch, ne? You fool, you wasted your last chance. Ja. Okay, das reicht dann auch da. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Danger Mouse. Danger Mouse. Danger Mouse. Okay. Jetzt wollen wir mal schauen, was denn Danger Mouse ist. Ich kenn' Danger Mouse. Das war doch so ne Zeichentrick-Serie, ne? Conochay, who hates a government department so secret? That even he doesn't know its name is in contact with the world's greatest secret agent, Danger Mouse and his painful assistant, Penfold. Aha, wir haben den falschen Zeichentrick. So you see, Danger Mouse, unless something is done soon, the world will be in a terrible jam. Luckily, we have traced the source, I mean a source, of this beam to a spot somewhere deep in the black forest, so that it's where we want you to go, in den Schwarzwald. Nach TTC. It should be a piece of cake, Colonel, you reply, and you are on yet another dangerous mission to the black forest chateau. Auf einer Lichtung. You find yourself in a clearing in the forest. All around are towering snow-covered trees. There is a wood-mouse hut and a large tree, the here. A track leads out of the clearing. Hallo? Wie kann ich denn? Ich kann nur runter? Ich kann nicht wieder rauf. Okay. You can see an empty bottle, a shovel, an axe and a hacksaw. Take alles. Oder muss ich das mit enter bestätigen oder so. You hear the wood-mouse returning through the forest. Hide in the forest. Ja gut, geht besser mit Tastatur, ne? You are deep in the forest. Through the trees, you can see a clearing. Do you want to go to the clearing explorer further? Clear some snow. You have uncovered a rope. Pick up the rope. You are deep in the forest. Go to the clearing. Examine the tree. On one branch of the tree, there is a mechanical owl. As he sees you, he flies off into the forest. Follow the mechanical owl. You are on the bank of a murky moat. A path leads to a bridge and another path leads further around the moat. Follow the murky moat. You are on the bank of a murky moat. At the edge of the forest, a path leads around the moat and a faint track leads into the forest. There is a boat on the bank. Launch the boat. Penfold sits down and watches you try to push the boat into the moat. You keep trying for a long time, but the boat will not budge. Penfold yawns and is soon sleeping like a dog. Launch the boat. Enter the forest. Follow. You are at the chateau entrance. There is a deep murky moat that surrounds the chateau. It is crossed by a large stone bridge. Some tracks lead back into the forest. Go to cross the stone bridge. There is a large bear here. Here snarls at you and does not appear to be too friendly. Asked to be led past. Vielleicht bin ich gleich tot. The bear advances menacingly, bedrohlich in deine Richtung. Penfold cries out, oh, what a grisly sight. He leaps into your arms, knocking you both off the bridge. Geil. We are falling into the moat. There is a great white shark here. Unluckily he is a lone shark and he takes a great deal of interest. You swiftly climb out of the moat. Lebe ich noch? Ich möchte nochmal zur Brücke. Und ich möchte die stone Brücke crossen. Und ich möchte make a run for it. Ne, das heißt abhauen, ne? Okay, dann gehen wir zu dem Clearing. Und gehen mal zu der Hütte. Und taken die Axt. Und entern die Hütte. Just in time, says Penfold. You are now inside the Woodmaus hut. It is nice and warm here. There is some garlic hanging by the window. Das ist doch Knublauch, ne? Erkundet die Hütte. You notice a trap door in the floor. It leads to a cellar. Go down to the cellar. Jawohl. It is terribly dark in here, Matas Penfold. Someone close by chuckles quietly. Panic. Grope around in the dark. Decides not to monkey around and runs out. You follow him to make sure he does not come to harm. Da sind wir wieder draußen. Okay, wir gehen nochmal in die Hütte. Wieso habe ich denn... You can swap the eggs. Keep the eggs. Enter die Hütte. So. Nimm den Knoblauch mit. Ja, ich habe ja irgendwie nichts, was ich da usen kann, ne? Examine the tree. Ein Loch im Ding. Climb the tree. Tracks leading through the forest. There is a hole in the trunk of the tree. You're containing a skeleton key. Take the key. Gut. Go to clearing. Ja, und so weiter, ne? So geht das dann immer weiter. Follow the tracks. Und dann lande ich da wieder auf der Brücke, oder was? Und das ist eine andere Brücke. Nee, das ist wieder der Bär. Und so weiter. Ja, nicht uninteressant irgendwie, ne? Ich dachte jetzt, das wäre ein Action-Game, aber ist es gar nicht. Ist eher so ein Adventure. Okay, hatten wir noch was auf der Disc? Wenn nicht, sind wir ja fast fertig. Ja, das war's. Und das war Seite 2, ne? Ja, war es. Die verbar ich auf jeden Fall mal. Die war jetzt nicht so übel. Okay. Okay. Damit beende ich eine weitere Ausgabe von Floppy Discovery. Ich hatte auf jeden Fall wieder meinen Spaß beim Ausprobieren und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen dem Alltag entreißen und ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Das wäre doch wunderbar. Das würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich euch eine Freude machen konnte. Äh, ansonsten dürft ihr das gerne honorieren mit einem Däumchen nach oben. Das wäre wunderbar. Und vielleicht seid ihr ja neu hier reingestolpert. Dann guckt mal, was ich so schönes hier auf dem Kanal alles habe. Und wenn es euch gefällt, dann dürft ihr natürlich gerne zukünftig zu meinen Followern gehören, indem ihr den Kanal abonniert. Und nicht vergessen, dann das Glöckchen zu klingeln, damit ihr auch immer benachrichtigt werdet, wenn es was Neues kommt. Und steigende Abozahlen motivieren mich natürlich noch viel mehr. Ansonsten sage ich, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt, zockt mal wieder mit Tomaniac. Ciao ihr Lieben!